Rund um den Jahrestag des Überfalls der Hamas auf Israel gibt es in ganz Deutschland zahlreiche pro-palästinensische Demonstrationen. In Berlin demonstrieren bei der Hauptgrundgebung knapp 1000 Menschen. Die Polizei ist in der Hauptstadt rund um den Jahrestag mit 2000 Beamten im Einsatz. Der Verfassungsschutz warnt vor einem zunehmend israelfeindlichen und antisemitischen Klima. Untertitelung des ZDF, 2020